Bis zu 251 Euro Freibetrag wegen Grundrente im Jahr 2023 in der Grundsicherung möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Viele Menschen in Deutschland, man schätzt so um die 650.000 Rentnerinnen und Rentner, haben Anspruch auf begleitende Grundsicherung im Alter. Und einige von denen haben Glück, bei denen wurden 33 Jahre Grundrentenzeiten festgestellt. Und mit dieser Eintrittskarte 33 Jahre Grundrentenzeiten sichern sie sich de facto einen zusätzlichen Freibetrag in der Grundsicherung bis maximal 251 Euro im Jahr 2023. Wie errechnet er sich? Nehmen wir ein Beispiel, jemand hat eine Altersrente von brutto 600 Euro und er hat die 33 Jahre Grundrentenzeiten nachgewiesen. Dann erhält er oder sie den Grundzuschlag, den Grundfreibetrag von 100 Euro. Die 100 Euro werden dann von den 600 Euro abgezogen, bleiben 500 Euro übrig. Von diesen 500 Euro werden nochmal 30 Prozent errechnet. Also hier 150 Euro. Und diese 100 Euro und die 150 Euro rechnen sie zusammen und schon kommen sie auf 250 Euro. Das heißt also, diese 250 Euro sind dann der Freibetrag auf ihre anrechnungsfreie Rente in der Grundsicherung. Bitte nicht zu verwechseln, der Freibetrag in der Grundsicherung wegen der Grundrente, wegen den 33 Jahren Grundrentenzeiten, setzt nicht voraus, dass sie die Grundrente oder den Grundrentenzuschlag auch tatsächlich ausgezahlt bekommen. Darum geht es gar nicht. Sondern dieser Freibetrag ist nur davon abhängig, dass die deutsche Rentenversicherung oder ihr Rentenversicherungsträger in den entsprechenden Bescheiden festgestellt hat, dass die 33 Jahre Grundrentenzeiten vorliegen. Deshalb aus meiner Sicht eminent wichtig, dass alle Betroffenen wirklich in ihre Bescheide reinschauen, nachrechnen oder nachrechnen lassen, ob die 33 Jahre Grundrentenzeiten erfüllt sind. Dieser Freibetrag ist ja nicht nur in der Grundsicherung wichtig, der ist auch im Wohngeld extrem wichtig. Ja, also wir haben beide Freibetragsmöglichkeiten, beide Freibetragsvarianten, einmal in der Grundsicherung, SGB XII, und einmal im Wohngeld, Wohngeld, ich glaube § 17a Wohngeldgesetz, da steht er drin. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.